Am vergangenen Wochenende fand das 24-Stunden-Balkenführend Klimaschutz in der Ökerregion Keindorf statt. Auch ein Radio Hardback-Team nahm daran teil, allerdings nur am 12-Stunden-Rennen. Aber wie ist es eigentlich, 24 Stunden lang zu fahren, unter anderem auch in der Nacht? Dazu befragte ich einen Teilnehmer des 24-Stunden-Rennteams, der Firma Stohr aus Lannach in der Weststeiermark. Ich habe eine gute Überleistung dabei gehabt und damals hat es super funktioniert, in der Gegensatz zu vorigen Jahren. Ist die Orientierung in der Nacht ein Problem? Die Orientierung passt, die Sprechen kenne ich gut und dann muss es gerade sehen. Und wie fühlt man sich nach einer Rennnacht? Ja, etwas geschlaut, aber nach voller Motivation. Das hat schon noch hin. Ein ganz besonderer Gast am Renntag am Samstag war der Radrennprofi Peter Luttenberger, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin das Radio Hardback-Team unterstützt hat. Er wurde von der Gemeinde Keindorf zum ersten Mal eingeladen. Durch diese Veranstaltung sollen die Leute ja auch privat mehr Strecken mit dem Rad zurücklegen. Wie nutzt Luttenberger das Rad privat? Ja, erstens einmal zu Trainingszwecken, also ganz zur persönlichen Fitness eigentlich, aber auch für kleinere Besorgungen zum Beispiel. Also ich versuche immer alles zu kombinieren, mehr oder weniger, aber auch wenn ich etwas bei der Post aufgeben, dass ich nicht wieder extra mit dem Auto irgendwann hinfahren will. Man kann sehr viel mit dem Rad machen und trägt zur persönlichen Lebensqualität und auch zum Schuss der Umwelt bei. Und die zahlreichen Teilnehmer, wie nutzen diese das Fahrrad? In der Woche ca. 200 Kilometer. Also nach dem Arbeiten am Abend und so und am Wochenende. Wie habt ihr es möglich? Ich kann mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja, ich tue Mountainbiken. Nur für Hobbymäßig. Unter den Teilnehmern auch Gerald Mayer, der Bürgermeister von Ebersdorf. Er unterstützt in diesem Jahr das Ebersdorfer Team beim Rennen. Ich fragte ihn nach seiner Meinung zur Streckenführung. Eine leicht zu beantwortende Frage, wie sich herausstellt. Kann nur super sein, geht mehr als der Hälfte durch Ebersdorf. Und wie nutzt er das Fahrrad privat? Eigentlich mehr als früher. Ja, natürlich nicht so viel, weil ich teilweise beruflich relativ weit fahren muss und das Auto eigentlich immer wieder brauche. Aber wesentlich mehr als ich es früher gebraucht habe als Fahrrad, bevor wir eigentlich mit dem Rennen anfangen haben. War wirklich eine Motivation, dass man auch auf das Fahrrad umsteigt. Die Rechnung scheint aufzugehen. Das Fahrrad wird verstärkt auch für private Zwecke genutzt. Eine durchorganisierte Veranstaltung, auch wenn das Rennen nach nur 17 Stunden aufgrund der starken Regenschauer abgesagt werden musste. Für manche Teilnehmer wohl aber eine willkommene Wendung, konnte man es sich doch dadurch im Verpflegungszelt gemütlich machen. Ein Lob dem Küchenteam, das auf Hochtouren gearbeitet hat und immer dafür gesorgt hat, dass das Buffet reich gedeckt war. Radio Hartberg dankt auf diesem Weg unseren Teamsponsoren. Der Pradelalm in Wenigzell, dem Umweltkompetenzzentrum Schäffern, dem Burgfest auf Bogtalberg, dem Seesarettl am Stubenbergsee und der Wehrberg in Turposs in Hartberg. Vielen Dank.